Das Hotel Zoll Sanktipetri liegt in Novo Sanktipetri in Costa Dela Luzet. Das Hotel Zoll Sanktipetri ist beliebt unter den Gästen. 84% empfehlen das Hotel weiter. 138 Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4,9 von 6 Sonnen vergeben. Dabei wurde das Hotel allgemein, die Zimmer, der Service, die Lage und das Essen sowie die angebotenen Sport- und Unterhaltungsangebote bewertet. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel allgemein. Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,1 von 6 Sonnen. Zimmer. Mit 5 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Service. Ein hervorragender Service wird ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Ein gutes Sport- und Unterhaltsprogramm hält dieses Hotel für seine Gäste bereit. Insgesamt erhält das Hotel 4,8 von 6 Sonnen in dieser Kategorie. Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,7 von 6 Sonnen. Gastronomie. Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,5 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.